So, und jetzt geben wir uns nochmal einen 8er Bit4 und den mit voller Brust und dann, dass wir so arbeiten können. So, und jetzt geben wir uns nochmal einen 8er Bit4. So, und jetzt geben wir uns nochmal einen 8er Bit4. So, und jetzt geben wir uns nochmal einen 8er Bit4. So, und jetzt geben wir uns nochmal einen 8er Bit4. So, und jetzt geben wir uns nochmal einen 8er Bit4. So, und jetzt geben wir uns nochmal einen 8er Bit4. So, und jetzt geben wir uns nochmal einen 8er Bit4. So, und jetzt geben wir uns nochmal einen 8er Bit4. So, und jetzt geben wir uns nochmal einen 8er Bit4. So, und jetzt geben wir uns nochmal einen 8er Bit4. So, und jetzt geben wir uns nochmal einen 8er Bit4. So, und jetzt geben wir uns nochmal einen 8er Bit4. und jetzt werden wir uns nochmal einen 8er Bit4. So, und jetzt geben wir uns nochmal hinaus. Untertitelung des ZDF, 2020